Guten Morgen aus Berlin, es ist Sonntag und ich bin in aller Frühe aufgestanden. Wir haben es jetzt 9.57 Uhr am Sonntag, dem 1. Mai 2016 und um 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr war ich, glaube ich, wach. Ich bin gestern völlig müde um 23.00 Uhr oder 23.30 Uhr irgendwann ins Bett gegangen und war heute auch schon mal um 6 Uhr wach und dachte, äh, was ist denn jetzt los? Und um 8.30 Uhr bin ich dann so langsam nochmal zu mir gekommen. Ja, jetzt werde ich schnell was frühstücken, wir haben es kurz vor 10 und dann geht es ab nach Spandau. Ich muss erst nach Streso meine Grumpy Merkel-Katze abholen und danach geht es direkt weiter in die Zitadelle Spandau. Dort treffe ich mich heute mit Andreas, mit Germain, vielleicht auch mit Dominik und noch ein paar anderen Leuten. Mal gucken, wer da alles kommt. Also wir sind auf jeden Fall zu dritt, vielleicht sind wir auch zu viert, fünf, was auch immer. Wir werden es sehen. Eintritt ist dort heute frei, heute ist Tag der offenen Tür und da werden wir uns mal das gesamte Gelände anschauen und da rumlaufen. Ich werde meinen Drachen mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Vielleicht kann ich den ja da irgendwo steigen lassen. Wir gucken mal. Ja, und das ist dann eigentlich der Sonntag. Mal gucken, wie lange wir heute dort machen. Zwei, drei Stunden sind wir bestimmt da. Dann bin ich irgendwann so gegen drei, schätze ich mal, wieder zu Hause. Und heute Abend um acht bin ich im Tipi am Kanzleramt und werde mir eine Artistenshow angucken. Über die Arbeit habe ich da eine Freikarte bekommen und gehe da mit anderen Kollegen hin, mit drei anderen Kollegen. Und bin echt mal gespannt, was es da so zu sehen gibt. Das geht um acht los, wird wahrscheinlich bis zehn, elf gehen. Schauen wir einfach mal. Und dann ist auch der Sonntag schon wieder rum. Mal gucken, was ich am Nachmittag mache. Ein bisschen Papierkram erledigen wahrscheinlich. Ein bisschen was arbeiten. Vielleicht auch ein bisschen spielen. Wir gucken einfach mal. Ja, dann werde ich jetzt wie gesagt erstmal was frühstücken und mich dann in den Tag stürzen und ein paar Bilder aus der Zitat der Spandau posten. Vielleicht auch mal Livestream. Mal gucken, wie ich lustig bin. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag. Habt einen schönen Sonntag. Genießt das angenehme Wetter. Und ja, dann bis morgen Vormittag. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.